Hallo, willkommen zu Philae und Mila. Ja, ich habe hier ein Sammelheft und die Maschumai Box und dazu noch ein Deck bekommen und ich habe alle meine Xen ausgebreitet. Maschumai, du wirst uns heute Glück bringen. Ich, das Deck ist glaube ich nicht so wichtig, das packe ich jetzt einfach mal weg und packe das Heft aus. Da. Ich bin ja auch mal wieder der Beste. Ein Sammelheft. Ach, das ist so ein Viererheft, was nicht jeder hat. Auf jeden Fall. Da kannst du dann die Karten reinmachen, die von Chicks Salzschmiedern. Und hier. Oder andere Karten, je nachdem was du magst. Maschumai EX. Hier sehen sie da. Die gehört auch bis jetzt hier unten hin. Und jetzt du siehst du so raus und hol die. Und da klebt gerade eine. Du kannst ja noch dazu erzählen, was heute für ein Tag ist und warum du die Box bekommen hast. Heute ist Kindertag. Und da hast du dir die Box gewünscht und ich habe sie auch bekommen. Wir fangen an. Oh. Wir fangen an mit diese. Ich habe die X nicht gesehen. Oder was auch immer. Einmal ein. Mal mit mir. Du lest die Namen vor, bitte. Magneton. Angler. Osering. Surua. Phoenix. Dodu. Igmaro. Gott sind das Namen. Isakla. Hast du nichts dabei? Oh. Oh. Linnette. Ort ist Sitte. Par ... Parfinesse. Parfinesse. Tja. Keine Ex. Hoffentlich wird das nächste Pack uns etwas ... Herr Klipp bringt. Tja. Ich weiß auch nicht, was heute mit den Packs los ist. Ich habe gedacht, da war ja gerade hinten eine X, aber leider war es keine. Ich glaube, ich habe den jetzt gesehen. Einen. Superball, rumgekehrt das Tal, Knachsel, Zierpurze, Radfratz, Froxi, die haben wir irgendwie schon. Elektrik, 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 Unratyotox. Oh mein Gott, die habe ich in 3D. Oh, cool. Ups, die hast du jetzt in 3D. 3D und in 3D. Aber das sind aber sehr verschiedene, oder? Ja. Manaphie. Manaphie, nächste X. Na Gott sei Dank. Und es waren nicht mal die zwei XY-Packs. Jetzt kommt Gumba XY-Packs. So für die X-Karten, das geht ja gar nicht. Wenn man so macht, dass ich die letzte Karte auch noch so umdrehe. Einmal haben wir ein. Ty-Ra-Krog. Ty-Ra-Krog. Ty-No. Robo-Ersatz. Oh, Schatten. Kapu-No. Krapi. Habitak. Jan-Ma. Das sind ja alle die Namen. Lichtel. Und, oh mein Gott, was sind das? Was sind das? Und, oh mein Gott! Was sind das? Ah, guck mal, die ist ja auch so ein bisschen eine klitziger. Oh mein Gott! Vierer. Aber die sieht auch cool aus. Und die ist so schick. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn das? Kopfgeschirr. Eine Trainerkarte. Kopfgeschirr. Die ist seltene. Und sogar Holo. Man glaubt's doch nicht. Sie sieht cool aus. Meinst du, die ist selten? Ja, sie hat den Stern unten in der Ecke und es ist eine Holo. Aber die haben ja auch alle einen Stern. Von welchen Stern redest du denn jetzt hier? Hier. Und das ist sogar noch eine Show. Trainer sehen doch anders aus und das ist eine super Trainerkarte. Die muss auch da hin. Gut, na dann. Und letztes Pack. Letztes Packchen. Ich bin eigentlich schon zufrieden mit die eine X. Na, besser als gar keine. XY Gutschein darf niemand sehen. Hoffentlich hat jetzt niemand ihn gesehen. Und ich möchte auch noch einmal ein. Smith Ruder. Sneebel. Sneebel. Eine Schutzschachtel. Floetta. Ponyta. Bittora. Barmelin. Parfi. Samurzel. Und ein Drachenhol. Und. Oh. Tra. Die stärker. Lux. Die stärker. Das ist aber stark. Das ist eine andere. Lux. Und ich bin aber schon zufrieden mit die drei Karten. Das hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Eine EX. Na und dann war ja noch die in der Dose hier sowieso. Macho Mai. Macho Mai. Und das, das zählt glaube ich auch als EX. Und einfach. Und die sieht einfach auch cool aus. Und. Aber sie greift 220 an. Sogar schon stärker als. Aber guck mal. Hier ist ja auch so ein bisschen leicht klötzig. Und. Und. Ich werde mal kurz. Die. Die. Die ganzen. Sind. Unsere besten Karten. Die Drachenelement Karten. Die fehlten halt. Und. Man glaubts nicht. Die werde ich einfach davor sofort rein sortieren. Ne. 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 Ist mir jetzt egal. Ich sortier die schon mal ein. Ein. Mir reicht's. Ich sortier die schon in so ein Heft. Die brauchen nicht mehr in Folien. Ich sortier sie jetzt einfach nur noch in mein Heft. Die ist auch noch so ein bisschen mit Blitzy. Ja. Die hab ich aber schon. Achso. Die hast du schon. Ist mir egal. Na ja. Die kannst du ja erst in das Heft ja einsortieren. Und. Das ist ein Vierer. Ja. Das ist selten. Ja. Das ist doch einfach nicht mehr so glauben. Absolut. Du hast uns echt heute mal Glück gebracht. Warum du in den anderen Pack Openings und Einpack Openings mit vier Packs kein Glück gebracht hast. Aber jetzt gehörst du in das Heft. Ach. Ich bin eigentlich schon zufrieden mit die eine EX. Die hier ist. Die zwei. Die drei. Die vier. Die vier. Auf dieser Seite. Das waren einfach meine besten Karten. Na siehst du. Ja. Und dann glaubts nicht. Mama. Kannst du ja bitte kurz. Gleich ausmachen. Ich würde auch besser. Und. Ich würde einfach mal sagen. Schön mit Ö und Peace. Tschüss. Tschüss.